Servus, da ist der Christian Springer von OrientHelfer. Jetzt naht der Advent in großen Schritten und wir werden oft gefragt, Mensch, wie kann man euch denn helfen? Und jetzt mache ich es Ihnen einfach, indem Sie sich einen Adventskalender besorgen. Aber jetzt nicht irgendeinen, sondern den Adventskalender 24 gute Taten. Hinter einem Türchen verstecken wir uns. Und von jedem verkauften Adventskalender geht ein Euro an OrientHelfer. Damit können Sie uns also sehr, sehr helfen. Bestellen kann man ihn unter www.24gutetaten.de Es gibt da einen Wermutstropfen. Schokolade ist keiner drin. Den müssen Sie sich selber besorgen.